Seit 35.000 Jahren leben Menschen und Hunde in einer gemeinschaftlichen Beziehung. Sie ist entwurmt. Sie müssen Elfriede noch behalten. Ich kann gar nicht mit Hunden umgehen. Das war ein nettes Kerlchen. Alles hat mit allem zu tun. Das ist nicht falsch. Ich wollte das auch nicht. Ich suche den traurigsten Unterwälder. Die anderen Traurigen sind zu alt für Sie. Dann weinen Sie, wenn er stirbt. 9,30 Euro. Wir fielen über Nacht so ein bisschen fressen. Ich wessen Sie so doof und gibt so viel Geld für den Hund aus. 500? Würde das reichen? Ja. Der Hund weckt dich, wenn ein Haus brennt. Während sich eine Katze durch die Hintertür rausschleicht und dich verbrennen lässt. Na, du Streiner? Sind Sie hier irgendwo? Nein. Ich kann Sie doch sehen. Du schläfst mit einer Frau aus deiner Konzertagentur. Ah, der Hund soll jetzt auch noch Untreue riechen können. Also doch. So, ein Quatsch sehe ich so aus. Ich wollte gerade mit dir. Zieh mir mal was an, dass Sie doch eilbern aussehen. Was? So, und jetzt ruft eure Hunde. Komm her. Gangster! Was ist mit dir? Schreit dein Hund nicht so an! Entschuldigung. Ich bin doch nicht taub. Kein Gelaufen, kein Gebellen, kein Gefurzen oder in die Ecke gepisst. Platz! Geht doch. Hallo Mama. Mein Gott, was für ein hässliches Viech. Ihr glaubt gar nicht, welche Männer man mit Hund so kennenlernt. Nein. Na, läufig? Nein. Genau der richtige Tag, um Liebe zu machen. Galileo ist in Casanova. Es geht nicht immer nur um dich. Ob man einen Mann hat oder nicht, am Ende ist man immer allein. Hol den Pfropfen raus, lass ihn knallen. Noch so ein Ding, kriegt er eine gelbe. Sie haben einen Hund? Ja. Aber Sie haben nichts davon erwähnt, auch wie ein Profi. Mögen Sie keine Hunde? Ich bin ganzen Besitzerin. Untertitelung des ZDF, 2020